Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits sechsten Staffel und der 201. Folge immer noch am 27.08.2024 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibst du mein herzliches Dankeschön und zwar geht es heute an GamerTV. GamerTV hat nämlich auf meinem Hauptkanal am 14.03.2024 das öffentlich sichtbare Abo hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1391. GamerTV erschindet jetzt aber wieder, meine Stimme bröckelt schon wieder. Ich bin immer noch leider angeschlagen vom letzten Wochenende. Aber eine Folge muss ich heute noch machen, weil ich hatte jetzt so tierisch Bock auf diese Verteidigungsschlacht, die uns hier in zukünftigen Hauptzentrale Onira erwartet. Hauptzentrale wegen militärischer Operation, dass wir die von hier aus versuchen zu verwalten. Die Schlacht ist aber noch nicht gestartet, wir haben mittlerweile eine echt gute Garnison da drin. Da waren die Recruiter fleißig, definitiv. Aber wenn die Schlacht noch nicht gestartet ist, können wir mal gucken, wie fleißig die waren und klappern noch ein, zwei Dörfer in der Nähe ab. Kann ich mich noch selber ein bisschen Verteidiger holen. Muss nur immer die generische Anzahl an Angreifer im Auge behalten. Friedensangebot der Sarka. Nein! Zwangsfrieden? Ich war doch noch gar nicht fertig. Geht's erstmal noch um Korinja? Achso, nee, erstmal nicht. Ja, alles gut. Oh, krieg ich das abgewendet? Scheiße. Natürlich war's sein Vorschlag. Ah, Mist. Wir erhalten 2000 Tribut. Keine Sonderzahlung? Keine Festung oder so geht zurück? Ist es nur jemand freigelassen worden? Ja. Ah, doch, wir haben auch eine Einmalzahlung bekommen. Davon habe ich 40.000 bekommen. Na gut. Ja, alles behalten. Okay, gut. Ich hatte sowieso gesagt, Sironäa und Melion sind Kirsche auf dem Eisbecher dann. Dann passt's also doch. Ja, lösen wir die ja mir jetzt auf. Natürlich haben sie mir nichts übrig gelassen, die Schweine. Na gut. Dann ist es jetzt so. Die, wenn alle reputierte jeweils fangen haben, da habe ich noch 66 von. Die Wölfin hat ein Vogt was gelernt. Sehr schön. Da ist sie wieder am Lernen mit angekommen. Produktionsrate, Werkstätten brauchst du nicht. Baugeschwindigkeit, Belagungsmaschinen, Neuorten, Trupp ist immer wichtig. Regierte Burg hat sie nicht. Nahrungsverbrauch während der Armee. Ist jetzt nicht so wichtig. Und wie war das? Okay. Das Westliche existiert wirklich noch, ne? Ha. Onika wäre schon mal was Positives für mich. Wäre halt ne Burg genau zwischen Poros und Sironika. Und Poros will ich mir ja dann zu Beginn der Rebellion holen, wenn's geht. Damit wir hier einfach den Anschluss hinbekommen. Und danach würde ich erstmal gucken, wie der Gegner reagiert. Zwexestadim, Torios, Amitatis, Schamares, Rotai. Ah. Auf der anderen Seite, dass jetzt der Zwangsfrieden kommt, ist gar nicht mal so verkehrt. Wir haben noch Baustellen jetzt auch ohne Ende in den neuen Eroberungen. Das muss erstmal noch... Oh, falsche Taste. Das muss erstmal noch alles gebaut werden. Das muss auch stabilisiert werden. Und vor allem, was ab jetzt wichtig ist, ich muss umorganisieren. Aber so richtig umorganisieren. Ich hatte ja gesagt, dass wir hier hinten die Westfront mehr oder weniger aufgeben. Also auch die Städte, dass ich die zurückschenke an Ascyron. Beziehungsweise er dann die Abstimmung macht, wer sie bekommt. Wo ich dann wiederum mit abstimme. Jetzt vor allem auch mit so vielen Einflusspunkten im Überschuss. Und ich das vielleicht an die Leute verteile, mit denen ich sowieso schon gutes Verhältnis habe. Oder die einfach noch so gut wie nichts haben. Wo ich mir dann wiederum auch Freunde mitmache. Ja. Okay. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Weil ich dachte, das kommt erst in ein paar Folgen. Dass wir vielleicht erst zu Beginn des nächsten Wochenrhythmus das haben. Oder jetzt zu den Doppelfolgen, wo ich übrigens vergessen habe, es zu erwähnen. Morgen und übermorgen. Also am 31.08. und am 1.09. Kommt jeweils um 17.00 Uhr und um 18.00 Uhr eine Folge. Weil ich am Anfang der Woche jeweils zwei Folgen ausfallen lassen musste. Hm. Wir machen so. Wir machen wieder unsere übliche Tour durch unsere Anwesenheit. Äh, nicht anwesen, durch unsere Lehen hier. Aber in Richtung Onika. Onika würde ich mir gerne noch schnappen, wenn es geht. Und hier Onika kann ich auch nochmal auffrischen und so, ja. Dann machen wir es so. Wir schnappen uns noch Onika. Damit hier auch Tafri mit dem westlichen Imperium kommt. Und dann werde ich die Truppen abkommandieren hier. Und sie begleiten. Ich werde sie beschützen. Die sollen erstmal alle nach Zeonika gehen. Und wir versuchen dafür zu sorgen, dass sie nicht angegriffen werden. Und erst wenn die drüben Zeonika angekommen sind, dann gebe ich die Ortschaften auf. Ich glaube, ich mache das sogar ein bisschen anders. Ich sammle erstmal von diesen vier Ortschaften hier die Garnisonen in Lageta. Äh, nee. Von Lageta, Veron, Traktoree und Garontor. Garontor gehört mir nicht. Und Gersigos. Die schicke ich alle nach Autisia. Ja, mache ich lieber so. Ich schicke die alle nach Autisia. Gebe dann schon mal auf. Und von Autisia aus mache ich so einen großen Truppentransport rüber nach Zeonika, den ich begleite. Und von Zeonika aus verteile ich die in die neuen Eroberungen. Warum begleite ich sie? Damit sie mir unterwegs nicht angegriffen werden. Die haben eine Geschwindigkeit von 1,0. In der Größenordnung dann. Ja. Machen wir das so. Gehen wir zuerst nach Valkaun. Da kann ich auch nochmal ein bisschen meine Truppe auffrischen. Gebe unseren Leuten noch mit dieser Aktion noch ein bisschen Zeit, sich selber auch nochmal aufzufrischen. Auch Geld zu verdienen. Weil die haben ja jetzt auch ein volles Inventar. Ja, guckt mal, guckt mal, guckt mal, was da zusammenkommt wieder. Obwohl man gar nicht sieht, dass das von ihnen kommt, wie ich gerade sehe. Es ist echt schön, dass sie das Tooltip hier überarbeitet haben. Es wäre nur noch schöner, wenn sie es sortiert hätten. Ich weiß, da bin ich wieder typisch deutscher, aber... Wo sehe ich denn jetzt nochmal die Einnahmen von meinen Truppen? Ach, kommt immer drauf an, ob sie gerade Plus machen oder nicht. Ah, okay. Dann machen meine Siedlungen wenigstens gerade Plus, immerhin. So, da sieht er schon mal rauchbar aus. Dann gucke ich hier noch eben rein, ob die... Ja, haben wir wieder. Können sie haben. Ich muss wieder Steuerung und M wie Martha drücken. Ja, oh ja, oh ja. Da sind einige aus den Offizierskreisen gestorben. So, und damit komme ich nämlich eigentlich auf eine Truppe von 317 ein. Ich wollte gerade sagen, hey, wer bist du denn? Aber ja, ich habe ja hier schon einen Typen drin. Ah, warte mal, apropos Typen. Ähm. Jetzt ist der in Aska. Ach, komm schon. Der ist in Othisia, da kommen wir bald hin. Jan Maris, das ist gleich ums Eck. Ist der Level 12, weil der nicht so geeignet ist. Nee, dann hätte ich lieber den Othesianer. Ja, den kann ich halt noch keine Nachricht senden, ne? Weil wir den noch nie gesehen haben. Quatsch. Äh. Oh, warte mal. Ach so, stimmt. Ja, habe ich ja das gegeben. Nee, okay, dann machen wir das so. Wie viel Viehtrieb haben wir eigentlich? Für meinen Geschmack zu viel. Aber ich werde die jetzt nicht ablegen, weil wir werden bald wieder eine Armee brauchen. Oh, ich glaube, das wäre schon gerade alles los. Warte mal, was haben wir denn hier? Ah, Waffenrang 1 nur. Schade. Ich habe das meisterlich gelesen, aber das ist zu schwach, das Ding. Das ist auch schwächer als ihr jetziger Bogen. Okay. Ja gut, wegen der 27 Denare mache ich jetzt keinen Fass auf hier. Das passt jetzt so. Ah, okay. Dann. Nach Ostdika wollten wir immer noch. Dann rekrutiere ich jetzt vom südlichen Epirem noch was weg hier aus den Dörfern. Bis nach Poros runter. Holt mir da auch noch was und dann geht's rein da. Ja. Ja. Angefangen bei Spothia, was mein Dorf ist. Was ist hier los? Kriegserklärung? Was? Genieke Tage? Habt ihr um viel Langeweile? Nein. Quatius. Ah. Aha. Da ist er wieder. Der macht Hunger, ja? Herfordern zu, Ascyron. Leider auch Penton. Tassinor. Jungs, was macht ihr denn da? So. Abgelehnt. Ich weiß, die sind gerade sehr, sehr schwach. Haben wahrscheinlich auch wieder 70 andere Krieger an der Backe und deswegen kann man da zuschlagen? Ja. Gegen die Sarka, natürlich. Aber nee. Nicht jetzt. Nicht, wenn ich gleich meine Garnisonen transportieren lassen möchte. Ach, die Germanen nur. Ich denke mal, da haben wir einen großen Puffer. Bis die Germanen sich hier lang durchbelagert haben auf meine Ebene des Reiches, da muss schon ein bisschen was passieren. Jetzt ist wieder automatisch Pause passiert, Mann. Warteln, ob seine Armee ist hier unterwegs. Echt jetzt? Nee. Da komm ich nicht rechtzeitig. Nie im Leben. Gehe ich nicht hin. Garnisonsrekruter unterwegs, aber keine Armee, oder wie? Oh, wieder 200 Garnisonen, die ich damit jetzt verschwende. Okay, dann geht's nicht anders. Ich glaube, dann müssen wir das jetzt schon machen. Ja. Gut, die aus Veroen werde ich nicht abziehen können. Okay. Dann sagen wir mal... Äh, wo mache ich das nochmal? Moment. Ähm. Ähm. Ah, hier. Transfer Troops. Okay. Aus... Traktore. Zuerst. Was ist denn? Da. Transfer Troops. Nach... Othisia zuerst. Und da gucke ich aber erstmal, dass ich mir auch die rauspicke, die ich haben möchte. Ein paar dürfen zurückbleiben, das ist okay. Boah, guck mal. Hier ist doch einiges sehr Gutes dabei. Entsprechend des Templates, was ich befohlen habe, ne? So. Wow. Vier bleiben zurück. Äh. Gut. Den können wir da lassen. Fünf. Das schaffen die. Ich glaube an euch. Das sind schon mal einfach 200 Truppen, die ich jetzt nach Othisia transportiere. Problem ist so, die sind jetzt angreifbar. Ich hoffe nur, dass da jetzt gerade kein Gegner in der Nähe ist. Äh... Garontor. Dasselbe Spielchen. Garontor. Transfer Troops. Garontor. Auch nach Othisia. Auch nach Othisia. Von Othisia aus werde ich die dann nach Lageta schicken und begleiten. Ne. Quatsch. Ich wollte Garzigos nach Lageta schicken. Von Lageta nach Othisia und die dann begleiten. Aber ich wollte noch mal so viele andere Sachen machen. Ja. Ich wollte auch mal ursprünglich zum Mond fliegen. Das wollte ich auch. Ja. Ah. Ich glaube, das wird nichts. Othisia ist hier oben. Ist die Gefahr nicht so hoch, dass die erwischt werden. Der Turgere haben wir ja auch noch. Ah. Wie in dem westlichen Empirium ist die Gefahr doch ein bisschen größer. Aber wenn ich da jetzt wieder 200 Leute drin habe und die losschicke. Ja. Dann schicke ich die lieber so. Das einfach nur, weil sie halt viele sind, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie durchkommen. Also schicke ich die jetzt so von Garzigos aus und von Hertogere aus. Runter nach Zeonica. Und die von Lageta nach Othisia. Und von Othisia aus ein großer Batzen, der dann nach Zeonica geht. Also. Garzigos. Nach Zeonica, bitte. Hier ist ein ganz schöner gemischter Haufen drin. Das war aber schon von Anfang an so. Und ich habe mich nie wirklich darum gekümmert, weil ich ständig vergessen habe, dass das Ding mir gehört. So, bleiben sogar 28 Leute zurück, Mensch. Können wir sogar noch ein Auxiliar weglegen. Nochmal 233, Alter. Und das Geilste ist, Zeonica hat so viel Nahrung. Die können das sogar stemmen. Erstmal. Ich muss aber auch gestehen, ursprünglich war der Plan, dass ich bis dahin noch mehr Clan-Mitglieder haben kann. Und auch mehr Trupps haben kann durch ausgebaute Infrastrukturen in den neuen Gebieten. Aber dass die jetzt schon anfangen, hier hinten jetzt Wehren zu belagern, ohne dass einer der Verbündeten hier hinten verteidigen geht, ist jetzt natürlich ein Worst Case. So, ich wollte noch, 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 Torias gehört mir ja auch. Naja, das ist ein Außenposten. Passt schon. Ich wollte noch Herr Togea. Und Lageta könnte ich auch direkt schon rüber schicken lassen. Mhm. Ja. Obwohl, die Lageta lasse ich erstmal noch. Und Herr Togea auch, ja. Einmal, weil sie hier schön nah beieinander stehen. Zum anderen können sie ja auch ein Wellenbrecher sein, gegen Feinde, die aus der Richtung, also aus der, der oder der Richtung kommen. Und zum anderen kann ich die Lehen dann auch verschenken an neue Clans, die sich uns am Reich anschließen. Wenn ich denn die Rebellion mache, dass ich das Reich verlasse und alle Lehen behalte. Aber wegen der Korruption muss ich halt auch abgeben, ja. Deswegen habe ich jetzt auch Gersigos zum Beispiel mit beauftragt. Okay, jetzt sind die erstmal unterwegs. Das dauert ein kleines bisschen. Die Sattelageta behalte ich erstmal. Ortesia wird abgegeben und dann möchten wir hier den Fluss behalten. Wo es ärgerlich ist, weil Ortesia schon gut ausgebaut wurde. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Sorry, dass ich jetzt hier gerade mich so dran aufhalte, aber ich bin halt nicht drauf vorbereitet gewesen, dass jetzt ein Zwangsfrieden mit Saka kommt. Habe ich total vergessen, dass es ja irgendwann zwangsmäßig kommen kann. Ne, ich glaube, das passt erstmal so. Ah, schön, ihr seid schon hier unten. Ihr seid doch wieder gut aufgefrischt. Ja, bis ich in Onika ankomme. Alles klar. Dann auf nach Lykaron. Ich darf muss nicht vergessen, Ortesia in die Taverne zu gucken, dann um den Typen da zu rekrutieren, damit der unser Stadthalter von Onira wird. Schlagartig wurde der Boden nass. Achso, könnte am Regen liegen. Nein, einfach nix drin. Ich hoffe immer darauf, dass die Anzeige in der Enzyklopodin stimmt, dass dann doch noch ein Römer hier rumsteht. Okay. Ich kann natürlich noch nicht sehen, wie viele es sind. Ich komme nicht auf die 300. Ich rufe jetzt schon die anderen. Außer dumm Naja. Dumm Naja, bitte kümmer dich. Also, mach. Ne? So, ein Tag, ein Tag, zwei Tag, ein Tag. Fast zwei Tage. Okay. Habe ich noch in dem Dorf an und dann gehe ich schon mal unter und fange die Belagerung an. Und Veron kann ich jetzt vergessen. Wenn da jetzt nicht zufällig irgendwo... Oh, fast. Fast, was hat ich jetzt gemacht? Äh, wenn da jetzt nicht zufällig irgendwie noch was auftaucht, was uns hilft. Warte, die sind alle? So, okay. Äh, kann ich das vergessen. Glaube ich nicht, dass wir es noch halten können. Ich hätte es natürlich auch unseren Leuten hier aus dem Clan sagen können. Ey, wir werden da hinten angegriffen, helft ihnen. Da hatte ich ja nur nochmal, um es euch zu zeigen. Hier bei Trupps, durch die Party AI Control, heißt die glaube ich, kann ich ihnen Aufträge geben. Wie zum Beispiel Defend the Settlement, also verteidige eine Siedlung und dann gebe ich an welche. Das machen die auch, das haben wir schon mal erlebt. Im Krieg gegen die Katar haben sie es alleine geschafft. Mache ich jetzt aber nicht. Ist mir, ehrlich gesagt, die Mühe jetzt gerade nicht wert, dass ich meine Leute dem Risiko aussetze, dass sie dort gefangen genommen werden. Dafür, dass ich die Festung jetzt sowieso gleich abgebe. Also noch nicht gleich, aber demnächst. Sehr demnächst. Und unseren Ziel auf 4 Millionen kommen wir auch immer näher. Ach, mehr schießt sie? Ich habe ja noch und habe es vergessen, dass ich es habe. Oh, wir haben noch Salz im Bunkert. Und ich könnte natürlich auch mal wieder ein bisschen Nahrungsvielfalt mitnehmen. Bestenfalls auch Städten, die nicht mir gehören. Komm, nimmst du eh von auch noch mal ein Batzen mit? Dann reicht das erstmal wieder für eine ganze Weile. Kann ich auch noch rausrekrutieren. Wenn noch was da wäre. Und dann sind da tatsächlich 200 Garnisonen drin. Mauerstufe 3. Nahrungsvorräte sind vorhanden. Ist ja eine Frechheit. Die hat sich immer noch keine Armee gebildet, um da zu helfen, wa? Nö. Na guck mal, wie lahmarschig die sind. Aber warte mal, die von Dingen sind schon da, ne? Ja. Nahrung, ihr seht schon minus 5. Das ist jetzt langsam ein Problem. Aber ich denke mal, spätestens nachdem ich Onika geholt habe, sind die da. Wir merken uns mal 560. Aber ich werde gleich nicht mehr darüber gucken können, wenn ich jetzt hier das Belagerungscamper öffne. Ich sollte vielleicht noch Verstärkung warten. Die greifen mich doch gleich an. Ich gehe nochmal meine Verstärkung abfangen. Wer bist du eigentlich hier? Quartius. Und schlagartig wurde es wieder Regen. Schlimmer als Helmsklamm hier. Nun, komm her jetzt hier. So. Ich finde es schon ziemlich dreist, dass ihr jetzt alle da drin bunkert. Einer nur. So, komm her, sackische Wölfin. Wie weit bist du jetzt noch entfernt? Noch 17 Stunden. Ich stelle uns hier an und warten. Die kommen von Norden. Die kommen von Norden. Warum habe ich mich jetzt hingestellt und gewartet? Damit die hier alle mal abdüsen können. Komm her, du blöde Kuh. Mann. Und ich vermeiden kann, dass die wieder eben auf Selbstinitiative machen. Nicht sagen, komm zu mir. Ich jetzt überholen möchte, auch nicht. Wenn ich Abstand von dir nehme. Davon distanziere ich mich. Sieh, halt ich los. Frieden mit dem westlichen Imperium. Dein Ernst? Ausgehung ist dagegen. Ich ehrlich gesagt auch. Aber ich kippe das Ergebnis nicht gekippt. Gut. Soviel zum Thema Onika. Ich sag's euch, der sabotiert mich jetzt. Er weiß einfach, was jetzt hier gerade mein Ziel ist. Also ich bezweifle ganz stark. Ganz, ganz stark, dass ich noch rechtzeitig nach Wehran komme. Aber ich probier's. Oh, jetzt haben wir trotzdem den Krieg mit Kartago. Wundervoll. Sag mal, Octavia. Ist das jetzt eigentlich dein Ernst? Erst warst du schneller als ich und jetzt bist du langsamer als ich? Warte, wir können hier noch kurz anhalten. Genau deswegen. Wo bist du? Die ist Imperial? Ach, das ist Thuria. Die hatten wir uns markiert. Ja. Ach, das ist ja. Das ist aber die, die eigentlich nicht so gut geeignet ist. Und ich hab halt nur noch einen Slot frei. Nee, dann lieber die Person, die jetzt an, äh, Ortizia rumsitzt. Die werd ich abholen, kurz bevor wir Ortizia abgeben. Schließt sich endlich mir an, verdammt nochmal. In ihrem Leben komm ich da pünktlich an. Aber noch läuft die Schlacht nicht. Er hat zwei Türme und ein Bocki gebaut. Okay. Bin ja mal gespannt. Da gab's ein Level ab von der Stadthalterin. Gucken wir gleich mal. Ach, von Logeta die Stadthalterin. 138175, das machst du hier zuerst. Hier ist noch Truppführer jeweils, aber hier kommt dann an so ein Stadthalter, ja. Und allein schon dieses plus 1 tägliche Treue in einer regierten Siedlung, egal ob Stadt oder Burg. Allein schon das ist es mir wert, dass wir hier drin auch was lernen. Orphalion, lange nicht hier sehen. Hier im Leben komm ich rechtzeitig da an. Als doch würde damit dann auch der Krieg gegen die Triaten enden. Als das die Triaten sind, die da grad angreifen. Ah, Problem. Ja, Ron-Tor ist jetzt schon ohne Garnison. Ach! Scheiße. Die Rekrutierung läuft wieder. Ah! Ach so, Transfer läuft schon, ja, klar. Ähm. Äh, shit. Sag mal bitte, wie schnell kriegt ihr eine neue Aquila heranrekrutiert? Boah! Boah! Äh. So. Ja, ja. Dann Garontor. So. Äh. Das funktioniert nicht. Scheiße. Nein. Okay, ich geb die jetzt auf. Nee, kann ich nicht. Ich glaube nämlich, dass ich dann auch meinen Transfer-Trupp verliere. Das mache ich ja gerade den ganzen Spaß hier. Ah! Aber die sind jetzt schon da? Die sind jetzt schon da. Boah, T-Sier kann ich noch nicht zurücklassen. Vageta sollte er ja erstmal behalten. Ja, Togia auch. Kurswechsel! Boah, jetzt bin ich fast da. Ja, komm, jetzt bin ich fast da. Mann! Immer so ne ungeplanten Sachen. Oh. Für Karens Stadthalter hat eine Ausstrahlung. Es geht, was ihm als Stadthalter gar nichts bringt. Boah. Allerdings doch, das hier. Ansehen und Einfluss plus eins für jede gelöste Aufgabe. Da ich ja auch ne Mod drin habe, die Improved Gavis Mod. Ne, nicht die Improved Gavis Mod. Die Governors Issue Mod. Übrigens alle und Mods unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die sorgt ja dafür, dass er auch Aufgaben lösen kann. Also Quests machen kann. Da glaube ich, dass das sogar ineinander funktioniert. Ich lache, läuft schon. Alter, ich komme echt noch rechtzeitig? Na ja. Retten wir nochmal 200 Garnisons, Leute. Für Cionica. Ja, Porphalion. Kommt ein bisschen spät, die Reaktion. Aber trotzdem danke. Die Geste ist nett. So, wollte ich zweitlich nicht machen. Aber ich mache heute nochmal ne Überlänge. Das lasse ich mich nicht neben mir. Ihr seid am Arsch. Moment mal, die haben 150 Kavalerie? Ja, gut, ich auch. Ich habe deutlich mehr Schützen als sie. Und welten mehr Infanterie. So. Machen wir es nackig. Ist die Garnison mit dabei? Leider ja. Die Miliz auch. Die machen doch wieder was sie wollen, oder? Die rennen doch wieder vor. Ah, wir haben ne Waldschlacht im Nebel. Okay. Kriegsus führt bitte die Infanterie an. Arine ist hier schon richtig. Octavia ist an meiner Seite auch richtig. Die Wölfin bitte. Die Reiterei. Darkius, die andere Reiterei. Sowas hier haben wir nicht. Wollen wir auch nicht. Okay. Die 1 wieder auf die linke. Die 2 auf die rechte. Damit kontern wir auch gleichzeitig die feindlichen Reiter aus. Ungenschützen dazwischen. Und meine Reiterei dahinter. Ah, ist ein bisschen schlampig aufgestellt hier. Ja doch, passt jetzt. Vorausgesetzt sie greifen uns an. Im Sinne von Flucht nach vorn. Erstmal stellen sie sich auf und kommen uns tatsächlich auch näher. Ich finde schon wieder so toll, ne? Ich komme in der Überzahl hier an. Aber gleich viel Kavalerie wie er. Normalerweise. In meiner ganzen Armee. Krieg aber nur die Hälfte für die Schlacht. Dankespiel. Wirklich. Eins und zwei. Macht mir jetzt bitte ne Viererksformationen. MAKER SQUARE! Wir werden gleich nochmal manuell befehligen müssen, weil die tanzen ja immer gerne, statt sich richtig aufzustellen. Naja. Sie umreiten uns sogar, wa? Geht mal da hoch, Jungs. Oh, die da haben vielleicht doch noch keinen Bock. Geht mal einfach ein Stück da her. Die hören dann immer auf zu tanzen in ihrer Viererksformation, wenn man sie einfach nochmal neu platziert. Jetzt zieht sie dann Kavalerie rüber. Okay, sie hören doch nicht auf zu tanzen. Ich muss nur nochmal richtig lang ziehen in die Formation, damit sie auch ein Loch in der Mitte hat. Die Zwei hole ich jetzt raus aus der Formation. Die Vier und die Fünf dürfen da hinten ihren Spaß haben gehen. Ja, wir umreiten uns natürlich. Die Zwei kommt mal hier rüber. Und die Drei wird jetzt mal frech. Nein, nicht Charge! Vielleicht ist der Gegner doch ein bisschen breiter aufgestellt, als ich dachte. Das ist jetzt nicht gut. Hier, fang! Okay, dann fang halt du! Oh, Mann! Na? Weiß mal, eine absichtliche geöffnete Flanke wurde früher häufig verwendet, um die Gegner einfach zu locken? Okay, damit der es natürlich nicht überspielen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nein, natürlich nicht. Ich doch nicht. Nie im Leben. Wie kommt der da rauf? Wer sich oben rechts die Zahlen anguckt, das war wirklich kein Fehler. Ohne Scheiß. Ja. Gina lässt sich dann wunderbar ablenken, während wir hier alles fertig machen, was sich bewegt. Da unten ist die falsche Waffe drin. Klong. Das ist ja wacht. Einfach nur Klong. Wat, wat, wat willst du mit deinem Gartenmesser? Lass mir den Ruh. Weiter, ohne Scheiß, Mann. Klong. Hehehe. Warte, ich wollte die Bogenschützen über die Flanke bewegen, wie ich das in einem Gemahnspiel schon gerne mal mache. Da war jetzt aber wirklich ein Fehler von mir, dass ich unterschätzt habe, wie breit er seine Infanterie schickt. Unser Riesenvorteil ist natürlich, die haben größtenteils leichte Infanterie hier. Oder mittelschwere nur. Hast du ein Schild fallen lassen? Hast du ein Schild fallen lassen? Ey, warte mal. Wieso bin ich eigentlich schon mehr Kinnenscheib tot? Wieso habe ich schon wieder Reiter, um einer Bogenschützen-Truppe zu stehen? So. Die zwei darf dann jetzt wieder oben auch chargen gehen. Wir erledigen hier noch unterwegs den Typen hier. Und die drei darf ich dann jetzt bitte so aufstellen, wie ich es ursprünglich wollte. Ja, schieß doch weiter auf mich, während ich Befehle gebe. Okay, die fand ich ja Kavali-Ringer trotzdem gut abgewehrt bekommen. Ich habe befürchtet, die rennt uns in den Rücken rein, einheitlich. Oh, die Eins hat bisher nur 30 Verluste gemacht. Während der Gegner sich schon halbiert hat. Gleich zeigen wir ihnen, dass es heißt, zu laufen. Und zwar sehr schnell, sehr weit zu laufen, in alle Richtungen. Die Bogenschützen leisten auch schon ihre Arbeit, man hört und sieht es. Es wäre doch schön, wenn die zweite Truppe hier auch nochmal ankommt. Ah, ja. Ah, ja. So, die Kindelspärchen. Letzter Speer wird aufgehoben. Wegen der Killer-Gäule natürlich wieder nur. Auch, weil ich schon wieder klinisch halt tot bin und einfach ein bisschen Abstand zum Gegner geben muss. Mann! Haha! Und die Bogenschützen salven hier einfach rein. Es ist zwar gerade ein bisschen dunkel, dessen sieht man die Pfeile nicht so gut fliegen, aber ich sehe immer wieder den Schatten so vorbeifliegen. Einfach herrlich. Und da laufen sie. Es gibt trotzdem noch ein bisschen Stangenwaffe. Wohl, was geht das überhaupt, die einen Stangenwaffe, wenn ich mit einem Hofspeer zusteche? Zu steche ich glaube nicht, ne? Es reicht, wenn ihr sie umreitet. Ihr müsst sie nicht töten. Den Rest mache ich. Oh man, der Cavalier hat gar nicht so stark die Lippen. Pro 115 Mann nur. Erstaunlich. Ja, haltet sie auf! Stellt euch in den Weg! Auch immer wieder schön zu sehen, wie sehr sogar bei Auxiliar-Kavallerie auf die Details geachtet wurde mit der Bemalung der Schilde und alles. Immer wieder schön. So, 52 Tote. Ist erträglich. Dafür, dass wir jetzt 200 Garnisonsleute gerettet haben, ist das erträglich. Außerdem haben wir jetzt, glaube ich, auch den Krieg beendet. Oder so gut wie beendet. Unter 5000 nehmen wir mit. Mach mal Geld raus. Ah ja, beendet. Waren 10% vom Feind. Sorry. Gut, das heißt, wir können jetzt so von Veyron aus auch nochmal Truppen nach Othesia schicken. Die würde ich dann begleiten und dann von Othesia aus mit dem hoffentlich neuen Stadthalter von Onira. Oder Danustika, je nachdem. Können wir los. Warte mal, ich Idiot. Ne, ich nix, Idiot. Ich nix, Idiot. Und Lageta will ich ja nach Möglichkeit doch aufheben. Onira hat einen Stadthalter. Den würde ich abziehen. Äh, nicht Onira, äh, Othesia. Nach Danustika bringen. Und der Neue, der gerade, also der, der noch in der Taverne sitzt, der soll dann von Onira der Stadthalter werden. Genau. Dann passt es doch. Ja. Nochmal zur Erinnerung. Die ganzen Bogen, die ich jetzt habe, nehme ich eigentlich nur als Faustpfand mit, damit ich die wiederum an Clans geben kann, die ja, ähm, noch abgeworben werden müssen von mir. So ist nun das ja Plan. Vielleicht muss ich da auch noch mal ein bisschen Garnison verringern oder so. Keine Ahnung. Na gut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch gefallen hat mit jetzt nochmal Überlänge. Nochmal zur Erinnerung. Morgen gibt es dann zwei Folgen. Einmal 17 Uhr, einmal 18 Uhr. Sonntag dann ebenfalls. Ich hoffe, dass euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.